Biblical Foundations, Chapter 4, Section 4, The Baptism of the Holy Spirit. Wir sind jetzt immer noch im vierten Kapitel, Abschnitt 4, und zwar die Taufe im Heiligen Geist. Und der Johannes der Täufer hat uns schon verheißen, was Jesus tun wird. Davon lesen wir in Matthäus 3, Vers 11. Ja, ich fange von vorne an, sagt der Johannes, Ich zwar taufe euch mit Wasser zur Buße, der aber nach mir kommt, ist stärker als ich, dessen Sandalen zu tragen, ich nicht würdig bin. Er wird euch mit Heiligem Geist und Feuer taufen. Jesus instructed his disciples, that after he ascended to heaven, they should do something. Let's read what the scripture says that they should do. Und Jesus hat uns gesagt, was wir tun sollen, nachdem er in den Himmel aufgefahren ist. In Luke, Chapter 24, Verse 49, we read that it says, Jesus says, But tarry, or remain in Jerusalem, until you are endued, or given, power from on high. In Acts, Chapter 1, there in Verse 4 and 5, he talks about waiting. Jesus said, wait to his disciples, and you will be baptized with the Holy Spirit. Und in Apostelgeschichte 1, 4 und 5, heißt es, Ich fange ein bisschen weiter vorne an. Und als er mitten in ihnen versammelt war, befahl er ihnen, sich nicht von Jerusalem zu entfernen, sondern auf die Verheißung des Vaters zu warten, die ihr, sagte er, von mir gehört habt. Denn Johannes taufte mit Wasser, ihr aber werdet mit Heiligem Geist getauft werden, nach diesen wenigen Tagen. So Jesus was telling his disciples to wait. So hat Jesus seinen Jüngern aufgetragen zu warten. To wait for the Holy Spirit. Then they would be empowered for ministry. Auf den Heiligen Geist zu warten, bis sie die Vollmacht bekommen, im Dienst Gottes zu sein. Now what happens when you receive the Holy Spirit? Was geschieht, wenn du den Heiligen Geist empfängst? Well, let's look at Scripture. Lasst uns jetzt noch einmal ins Wort Gottes gehen. In the book of Acts, we're going to look at 5 different accounts. Und in der Apostelgeschichte sehen wir 5 verschiedene Begebenheiten. And we're going to see in each one of these accounts, what was the manifestation of the Spirit, when the Holy Spirit came upon people. Und wir sehen dann in jedem dieser Ereignisse, was geschah, als der Heilige Geist auf sie kam. Und ich werde jetzt nur zusammenfassen, was in diesen Versen uns beschrieben wird. Aber ich bitte dich, lies jetzt diese Passagen im Wort Gottes alleine. As we look in the book of Acts, ask yourself, how did these people receive the Holy Spirit? Und wenn wir hier die Apostelgeschichte betrachten, fragen wir uns, wie haben die den Heiligen Geist empfangen? Und was waren die Ergebnisse und die Manifestationen in jedem dieser Situationen? In Acts chapter 2, verse 1 to 6, we look at the first account. Und in Apostelgeschichte 2, 1 bis 6, sehen wir das erste Geschehen des Heiligen Geistes. Und das war anlässlich des jüdischen Pfingstfestes. Und da sehen wir, dass ein Brausen war, ein Wind, und das zerteilte Zungen, wie von Feuer, sich auf die Menschen setzten. Und in Vers 4 von Apostelgeschichte 2 lesen wir, Und sie wurden alle mit Heiligem Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Und wir sehen hier, eine Auswirkung des Heiligen Geistes ist das Sprachengebet. Und jetzt gehen wir zur Apostelgeschichte 8, von Vers 4 bis 19. Und hier we see Peter und John at work, and they are praying for people, and then they laid their hands on them. We read of that in Vers 17. Und wir sehen hier, wie sie den Menschen gedient haben, und in Vers 17 sehen wir, was geschieht. Und dann heißt es, dann legen sie ihnen die Hände auf, und sie empfingen den Heiligen Geist. Da ist keine Manifestation angegeben in diesem Abschnitt. Und die Menschen haben den Heiligen Geist empfangen, aber keiner um sie herum hat jetzt richtig, Manifestationen davon gesehen. And yet the Bible clearly states that they received the Holy Spirit. Aber in Apostelgeschichte heißt es ganz klar, und sie empfingen den Heiligen Geist. Und das sollte einige von euch ermutigen, die sich gedacht haben, eigentlich bei mir war keine große Manifestation, wie ich den Heiligen Geist empfangen habe. Du hast empfangen. In Acts, chapter 9, we read another account. Und in Apostelgeschichte 9 lesen wir von einer anderen Manifestation. In looking from verse 17 to 19, we read about Ananias coming and laying, they laid hands on him. Und wir lesen hier von Hananias, aber ging hin und kam in das Haus, und er legte ihm die Hände auf, und zwar dem Paul. In verse 18, we read immediately, there fell from his eyes something like scales. That's what happened to Paul there. And he received his sight at once. Und in verse 18 von Apostelgeschichte 9 lesen wir, Und sogleich fiel es wie Schuppen von seinen Augen, und er wurde sehend und stand auf und ließ sich taufern. Here we see that there is some healing that occurs, this receiving of sight, but that, 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 that's it. Und hier sehen wir nur, dass eine Heilung geschah, das wie Schuppen von seinen Augen fiel, und er sehend wurde. And we know that Paul was filled with the Holy Spirit. Und wir wissen, Paulus war erfüllt mit dem Heiligen Geist. Going to the next chapter, Acts chapter 10. Und jetzt gehen wir ins nächste Kapitel, Apostelgeschichte Nummer 10. Here we read about Peter having an encounter with people. Und hier lesen wir von Petrus, der eine Begegnung mit dem Heiligen Geist hatte. Let's look from verse 44. Lasst uns den Vers 44 anschauen. It says, while Peter was still speaking, the Holy Spirit fell upon all those who heard the word. Während Petrus noch diese Worte redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die das Wort hörten. And then in verse 46, it goes on to tell us, for they heard them speak in tongues and magnify God. Und da in verse 46 heißt es, denn sie hörten, sie in Sprachen reden und Gott erheben. Yet again, we see a manifestation, like at the day of Pentecost, of speaking in tongues. Hier sehen wir wieder die Manifestation, wie es am Pfingsttag war. Sie haben in Sprachen geredet. Looking ahead in Acts chapter 19. Jetzt gehen wir zum Apostelgeschichte Kapitel 19. In the beginning of that chapter, from verse 1 to 6, we read about another encounter. Und zwar von 1 bis 6 lesen wir wieder, in Kapitel Apostelgeschichte 19, von einer anderen Begebenheit. Here we're reading about Paul at Ephesus. Und dort lesen wir, was Paulus in Ephesus geschehen ist. And in verse 5, it says, when they heard this, they were baptized. So here we see people responding to the message. Und hier in Vers 5 von Apostelgeschichte 19 lesen wir, als sie es aber gehört hatten, ließen sie sich auf den Namen des Herrn Jesus taufen. Notice what it says in verse 6. It says, and when Paul had laid hands on them, the Holy Spirit came upon them, and they spoke with tongues and prophesied. Und als Paulus ihnen die Hände aufgelegt hatte, kam der Heilige Geist auf sie, und sie redeten in Sprachen und weissagten. Here we see beautiful manifestations of the Spirit. Upon the Holy Spirit coming upon them, we see prophecy and speaking in tongues. Und hier sehen wir wunderbare Manifestationen von Prophetie und in Sprachensprechen. In Scripture, in the book of Acts, we do not see a common formula, one way of manifestations coming from the baptism of the Holy Spirit. Und in der ganzen Apostelgeschichte sehen wir nicht jetzt eine Formel, wie die Menschen erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. In some cases we see nothing happened, no manifestation. In manchen Situationen sehen wir, es waren keine Manifestationen, aber sie wurden erfüllt. In other cases, speaking in tongues. In anderen Situationen haben sie in Sprachen gesprochen. In other cases, healing. In anderen Situationen war Heilung. Und dann lesen wir über in Sprachen beten, in Sprachen sprechen und weissagen. I love that. God works in the way that he wants to work. Not according to our expectations and what we want. Ich liebe es. Gott liebt es, seinen Weg uns zu zeigen, nicht wie wir es uns vorstellen. I think the important question to ask is, do you have the Holy Spirit, have been baptized with the Holy Spirit? Und die einzige Frage, die wir beantworten sollten, hast du den Heiligen Geist empfangen? Und who does the Father give the Holy Spirit to? Und wem gibt der Vater den Heiligen Geist? Luke chapter 11, verse 13. Lukas 11, verse 13. Jesus says in Luke 11, verse 13, he says, If you then being evil know how to give good gifts to your children, how much more will your heavenly Father give the Holy Spirit to those who ask of him? Da heißt es in Vers 13, Lukas 11, Kapitel 11, Vers 13. Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater, der im Himmel gibt, den Heiligen Geist, denen, die ihn bitten? Hast du den Vater schon gebeten, dass er dir den Heiligen Geist gibt? Why don't you do so right now? Ask and you will receive. Seek and you will find. Knock and the door will be opened unto you. Warum tut es nicht gerade jetzt? Klopf an, die Tür wird aufgedaunt, bitte und er wird gegeben. Und der Herr sagt, er wird gute Gabe geben. What did you learn in this lesson? And how are you going to apply it to your life? Go ahead and write some comments down below and tell us. Was hast du jetzt in dieser Lektion gelernt? Was hat zu dir gesprochen? Schreibe es wieder unten hin an diese Lektion und lass es uns wissen. Bis zum nächsten Mal.